hallo und herzlich willkommen zurück zu fortnite rette die welt und vielen dank dass ihr alle mit dabei seid und weiter geht es mit unserer haupt quest reihe brutaler untergang und zwar wir müssen einfach ein bunker in einer plus 52 zone untersuchen drei bunker müssen wir untersuchen und meine freunde nebenbei läuft natürlich das event noch sonderevent ich habe mittlerweile herausgefunden dass man die möglichkeit hat ganz normal die haupt quest reihe weiter zu folgen und die ganzen quests also beziehungsweise die meisten sind da übergreifend man kann wirklich übergreifend die haupt story machen und auch noch zusätzlich die sonderaufgaben ich werde jetzt mit euch einfach die haupt story weiterspielen und sobald wir einige missionen haben die es nicht zum erfüllen sind in der haupt story zum beispiel da müssen wir jetzt bei der sonderaufgabe müssen wir richter platzieren vier stück falls das jetzt in der haupt story in der mission nicht möglich sein sollte werde ich einfach die sondermission separat noch machen aber mein ziel ist natürlich legendären linia zu holen was da verfügbar ist tägliche quest noch mal abchecken müssen wir gegner erledigen alles klar und die bieter kunden gut das passt alles soweit dann starten wir die quest und ja 52er zone ihr hört das richtig plus 52 es wird mit dabei nicht leicht es wird wirklich jede quest schaut mal wie weit wir sogar im brutal mittlerweile was wir da alles offen haben beziehungsweise noch vor uns eigentlich haben der obere bereich ist schon erfüllt und das untere kommt alles noch auf uns zu und ja meine freunde es ist nicht ohne hoffe jetzt nur dass da einige jetzt beitreten ja sieht schon gut aus ich starte mal das ganze mal schauen was die quest für uns so bringt an sich müssen wir nur bunker entdecken drei stück davon und ich glaube da müssen wir es nicht spezielles erfüllen je nachdem was wir jetzt für eine mission bekommen wenn es jetzt beschützende atlas mission ist dann wird das heftig dann wird es richtig heftig aber ich hoffe dass es eine halbwegs normale mission ist für uns dann ist es auch easy schaffbar aber ich zeige euch natürlich in diesem video einfach dranbleiben was ihr machen müsst in dem fall bunker entdecken und auch für die sonderaufgabe falls jetzt auch in dieser mission zum erfüllen ist zeige ich euch wo ihr die lichter platzieren könnt also dranbleiben dann lohnt sich das ganze dann seht ihr was ihr alles für die missionen erfüllen müsst so ok lager zerstören alles klar die hüllen drehen durch ihre lager von riesige gegnerwellen wir müssen verhindern dass es sich ausbreitet egal wie sehr schön wir haben lager zerstören missionen alles klar dann ist es schön wird gemacht also eine schöne mission meine freunde wir müssen nur in dem fall fünf lager zerstören ja es wird sicher nicht einfach es ist brutal mittlerweile aber wenigstens habe ich da jetzt seht ihr die lager die werden auch schon markiert wenigstens habe ich zeit schnell mal die karte durchzuchecken ob wir unsere hauptaufgabe alles jetzt erfüllen können also ihr kennt mich ja am besten schnell mal die karte komplett freilegen dann sehe ich da ob da was markiert wurde für die hauptaufgaben oder nebenaufgaben oder tägliche quest was auch immer ja dann machen wollt dieses lager ist nicht aktiv so aber wir müssen in dem fall bunker durchsuchen mal schauen ob auf dieser map irgendwo ein bunker verfügbar ist sollte eigentlich einer sein ja da haben wir schon das erste gelbe ausrufe verzeichen meine freunde abzugeben bevor der typ uns alle umbringt ich würde mich sonst selbst darum kümmern aber ich fühle mich neuerdings nicht wie ich selbst ok schaut das ist jetzt für die sonderaufgabe lichter platzieren ich habe alle suchlichter zusammengekriegt eins von vier also in dem fall ist wirklich möglich dass ihr die sonderaufgabe zusätzlich zu den hauptquests mit erfüllt ich muss sie nicht separat spielen sondern was ich bis jetzt alles entdeckt habe natürlich eigentlich alles machbar also alles machbar in einer hauptmission so ich gehe natürlich da noch kurz runter munition gönne ich mir natürlich so komm jungs weg da ja es sind schon einige gegner mehr ist ja hier kaum was so ich glaube wir müssen einen stock tiefer oder nein es zeigt ja weiter oben man Moment Moment aber wir müssen ja sowieso wir müssen ja sowieso Bunker entdecken so da hätten wir jetzt zweite meine Freunde oh das sind ja Minen das ist ja ein richtiger Bunker das ist nur die Frage für mich was da jetzt als Bunker zählt so ich schaue noch schnell auf der Karte noch in der Mitte weil da ist noch nicht alles entdeckt ob wir da noch eventuell die restlichen zwei Lichter finden zum platzieren dann würde ich schauen wo wir die Bunker finden das würde mich jetzt wirklich interessieren sehr schön wir haben die restlichen zwei auf der Map auch sehr sehr schön so Nummer drei meine Freunde und das letzte noch sehr schön Bunker könnte das von den Überlebenden sein schauen wir mal die haben da teilweise Schutzbunker aufgerichtet einer weniger auf zum nächsten das nächste Lager könnte stärker befestigt sein überprüfe deine Waffen und Munition bevor du loslegst okay ich dachte das zählt als Bunker okay das wäre das letzte dann warten wir mal das ist jetzt eine gute Frage weil ich sehe jetzt gerade auf der Map nicht wirklich was da markiert ist aber ich gehe trotzdem mal in die Mine rein nicht nicht dass die Mine als Bunker zählt meine Freunde keine Ahnung wieso das der Fall sein sollte aber mal schauen dann zählen sie ja die Mine als Bunker so so wo war die Mine jetzt so schön dass ich jetzt die Mine nicht finde sehr schön so da müsste es sein oder auch nicht weil es steht ja Bunker zwei hätten wir weiter geht's die Lager werden immer stärker bereite sich besser gut vor also für mich heißt das weil da wo sich die Überlebenden verstecken meistens das sind für mich Überlebenden Bunker die beschanzen sich da also für mich persönlich wäre es da eigentlich als Bunker zu zählen aber ihr wisst ja Fortnite und viel Logik dahinter so da haben wir unsere Mine also ich gehe mal jetzt komplett nach unten in die Mine rein weil ich will das natürlich auch ausschließen dass eventuell die Mine als Bunker zählt keine Ahnung wieso immer auch das sein sollte so noch eine stock tiefer mal schauen ob ob unsere Mine jetzt als Bunker zählt vielleicht ist es jetzt nicht die richtige Mine Moment Moment fliege ich gerade nicht durch ist es nicht unsere Mine ist es nicht unsere Mine ist es nicht unsere Mine auch nicht als Bunker alles klar ja komm raus da gut ich muss schon sagen da bin ich gerade ein bisschen überfordert was da wie Fortnite als Bunker gilt okay das sind die Lager das ist schon klar okay das sind die Lager das ist schon klar die Aufgabe erfüllt also ganz unnötig war das jetzt nicht aber ich würde euch trotzdem noch gerne zeigen wo die Schutzbunker sind wenn ich jetzt selber finde so wisst ihr was ich schau nochmal ganz oben auf der Map zu den Überlebenden zu den Überlebenden weil die verschanzen sich meistens in so einen Bunker rein vielleicht hilft es unsere Quest zu erfüllen aber für mich Bunker klingt nach was größerem sollte doch sofort sichtbar sein komm wir machen noch ein paar Kills wenn ich schon da bin unser Team unterstützen natürlich so sehr schön komm den nehme ich auch noch mit für mich ist es auch kein Bunker alles klar gut ja wie gesagt ich gehe jetzt ganz oben auf die Karte zu unserem Überlebenden mal schauen ob das als Bunker für uns zählt ja ok er steht einfach nur da aber genau dieses Symbol meine ich nicht meine Freunde das meine ich überlebende überlebenden Schutz Bunker überlebenden Schutz Bunker überlebenden Schutz Bunker aber scheint einscheinend nicht zu zählen für fortnite gut schauen noch mal das allerletzte oben dritte noch ist ja er steht ja überlebenden schutzbunker es ist ein bunker meine freunde es ist ein bunker aber in augen von fortnite anscheinend kein richtiges bunker oder keine ahnung was sie da jetzt mit bunker meinen so da hätten wir das nächste sogar oder hinein also ich sehe da keine weiteren bunker meine freunde ich konzentriere mich jetzt auf die mission dass ich mal die von mission positive abschlüsse es geht wieder alles heftig ab und ich bin da und natürlich weil ich nicht auf mein leben achte ist ja klar die ganze nur schutzbunker im kopf so jetzt aber das ist schon schwieriger ist ja klar ist ja klar dass es immer schwieriger sein wird ich glaube es kann auch sein dass wir die mission es gibt ja eigene mission mit schutzbunker dass wir diese mission erfüllen müssen dann zählt das vielleicht als bunker aber komisches fortnite einfach jetzt dickfest als erstes uns abgibt aber ja mal aufstehen so an sich unsere mission ist erfüllen meine freunde jetzt ist nur noch bonus was wir sammeln können gut dann noch mal kurz ich sehe da kein ich sehe da kein anderes bunker was in frage kommen könnte wir haben das sogar mit der mine probiert und nicht mal die mine zählt das bunker aber ja dann müssen wir höchstwahrscheinlich einfach die quest erfüllen mit dem es gibt ja die eigene mission mit dem schutzbunker das wird es wohl sein so drohne raus jetzt wird es ernst alles klar dann granaten rein ja jetzt geht es ab jetzt geht es ab meine freunde jetzt geht es ab meine freunde jetzt geht es ab meine freunde ich muss auf mein leben achten es ist nicht mehr plankerton es ist nicht mehr plankerton vergesse es immer wieder und dann bin ich wieder down und wundere mich ja vor allem wir sind wir haben stärke 44 glaube ich aktuell und es sind 52 gegner ich müsste mal wieder drauf schauen dass ich aufkomme mit dem level dazu müssen wir natürlich unsere überleben zum beispiel auch weiter leveln das bringt uns mit der stärke weiter aber es sollte scharfer sein wir sind zu dritt sollte alles easy möglich sein ja und ich glaube ich bin gleich wieder down alles gleich ich merke dass ich jetzt kaum was aushalte halte sehr wenig aus meine freunde ja da ist ja wahrscheinlich aus dem vollen level auch 52 oder so oder minimum 50 und wir spielen das ganze mit 44 also 4 minuten 30 haben wir alles was hier ist noch holen ist bonus für uns einfach zusatz da kriegen wir einfach mehr erfahrungspunkte und mehr punkte an sich und bessere belohnungen ja schade ich hätte natürlich auch gern die bunker gefunden holen moment mal ich dachte da in der nähe wäre noch was ich dachte da in der nähe wäre noch was conseguinen übeblick verschaffen und die gegner weg killen der bug da rum ja komm nice es ist nicht das ende drunter raus es ist heftig es ist heftig wie viele gegner da kommen aber so kommt ihr natürlich auch auf eure kills meine freunde so kommt ihr auf eure kills ich habe mehr und bessere erfahrungen bessere geschenke mehr erfahrung ressourcen natürlich auch ja 2 minuten 19 meine freunde 2 minuten 19 ab zum nächsten schutzbunker und rein ins tornado komm ja sehr nice noch 2 minuten bis ich dich da rausholen muss oh meine schatzkiste komm das gönnen wir uns gönnen wir uns meine freunde ist das hier ein zeichen da nicht dass das auch als schutzbunker gilt ja unser cowboy moin ich glaube nicht dass es als schutzbunker gilt aber wir haben eine weitere schatzkiste ja wie gesagt schade aber wir haben jetzt die sondermission erfüllt und im nächsten video werden wir auch noch ich merke ich schaffe fast in jedes haus rein die hoffnung dass es als schutzbunker zählt so noch eins übrig ja komm das holen wir uns auch noch holen wir uns doch auch noch oder ja wird knapp in 40 sekunden aber ich versuche das jetzt noch so jetzt muss ich schauen ob meine granaten auch schon bereit sind denn alles rein da alles was sie haben einfach rein da so kommt her jungs so vielen dank war dann noch ein bisschen jetzt da granaten rein komm schon ein da und ich bin da und natürlich aber ich gehe ihn auch genau ja ok leider nicht ganz gereicht die zeit aber schöner abschluss sondermission erfüllt so dann holen wir unser geschenk mit unserer kiste schnell ab und schauen was die nächste sonderaufgabe noch ist was da auf und zu kommt und ja das war es dann schon wieder für dieses video meine freunde ja im nächsten video glaube ich machen wir einfach direkt eine schutzbunker mission oder wir schauen was da für fortnite zum zuweist wir starten mal einfach zufälliges spiel ja nice wir können da eine skizze aussuchen sehr schön das hatte ich ja vergessen das nehme ich mal sammle ventilatoren alles klar bienen ade das ist unsere nächste sonderaufgabe gut meine freunde dann sage ich schon mal vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns im nächsten video über ja